Scholz, Merz und Habeck bereit für Diktatur. Mit Rückendeckung aus Washington. Der Marschbefehl aus Washington an die europäischen Vasallen lautet, Russland vernichten, koste es, was es wolle. Um den Widerstand der kriegsskeptischen Bevölkerung zu brechen, ist auch der Griff zur offenen Diktatur erlaubt und das ist kein Fieberwahn von Kreml-Protagonisten. Es ist belustigend und erschreckend zugleich, wie sich sowjetische Propaganda über das totalitäre Wesen der in schöne Gewänder gekleiderten westlichen Demokratie vor unseren Augen als wahr erweist. Der Spiegel veröffentlichte neulich ein ausgedehntes Interview mit Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch bekannt als beleidigte Leberwurst. Dieses Interview könnte durchaus als Sequel zu George Orwells Roman 1984 durchgehen. In einer normalen, nicht zwingend perfekten Welt müsste Wahlverlierer Scholz in einem Interview über die Katastrophe seiner sozialdemokratischen Partei bei den Europawahlen Asche auf sein kales Haupt streuen. Er müsste seine Fehler und Irrtüme eingestehen, dem Volk Loyalität schwören und versprechen, dass von nun an alles anders werden wird. Keine Priorität für die Ukraine mehr und kein blinder Gehorsam den USA gegenüber. Der Tenor des Interviews müsste lauten, ich bin nicht so, wie ihr bisher dachtet. Doch nachdem Scholz widerwillig eingestand, dass die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine die Umfragewerte seiner Partei nach unten gezogen hatte, zuckte er mit den Schultern und verkündete munter, er habe dennoch nicht die Absicht, seinen politischen Kurs zu ändern. Ja, es ist nicht alles nach Plan gelaufen, aber die Frage nach einem Ende der Unterstützung für die Ukraine steht gar nicht zur Debatte. Stattdessen sagte Scholz, Deutschland verfolge weiter den Kurs der Besonnenheit. Und er meinte damit, die finanzielle und militärische Hilfe für Kiew werde fortgesetzt mit allen sich daraus ergebenen Konsequenzen für Deutschland. Doch das wäre noch halbwegs verständlich, wenn der Einbruch sinkender Umfragewerte seiner SPD eine zufällige Schwankung wäre, wenn die deutsche Wirtschaftslokomotive mit Volldampf in Richtung Weltspitze fahren würde und wenn den fröhlichen Bürgern nur die übergroße Auswahl an bayerischen Biersorten Sorgen bereiten würde. Aber nein, selbst die hartgesottenen westlichen Medien bezeichnen die Wahlniederlage der SPD und den Triumph der rechtsgerichteten und EU-skeptischen Parteien als das schlechteste Ergebnis in der Geschichte. Eine Strafe für den Krieg und als Vorspiel für eine gewaltige Erschütterung der gesamten deutschen politischen Landschaft. Diese Erschütterung könnte die in diesem Herbst stattfindenden Wahlen in den östlichen Bundesländern auslösen, wo die Parteialternative für Deutschland bereits mit großem Vorsprung führt. Die AfD plant neuerdings auch die Bildung einer neuen Fraktion der Souveränisten im Europäischen Parlament, deren wichtigste Position darin bestehen würde, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren und die Hegemonie der USA sowie das Diktat der EU abzuschütteln. Vor dem Hintergrund antirussischer Sanktionen und steigender Militärausgaben stagniert und schrumpft die deutsche Wirtschaft, während das Land unter der Regierung von Angela Merkel noch zu den zehn führenden Ländern der Welt in Bezug auf die Gesamtindikatoren der Wettbewerbsfähigkeit zählte, ist es jetzt laut dem Rating der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit durch das Schweizer Institut für Wirtschaftsforschung, IMD, kaum noch unter den ersten 30. Die Staatsverschuldung Deutschlands erreichte Ende 2023 den Rekordwert von 2,4 Billionen Euro. Das Tempo, in dem sich die soziale und wirtschaftliche Lage in Deutschland verschlechtert, ist so rapide, dass eine Reihe von wichtigen deutschen Politikern bereits den Rücktritt von Scholz fordern. Bevor Deutschland endgültig in den Abgrund rutscht, insbesondere der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert sowohl den Rücktritt von Scholz vom Amt des Bundeskanzlers auf als auch vorgezogene Neuwahlen nach dem Vorbild des benachbarten Frankreichs, wo das Fiasko der Partei von Macron diesen bereits zum Schachzug vorgezogene Neuwahlen beflügelte. Doch trotz des offensichtlichen parteipolitischen und persönlichen Scheiterns wird Scholz weder zurücktreten noch seine Politik ändern. Vielmehr werden die pro-ukrainischen und anti-russischen Akzente in seiner Rhetorik inzwischen noch schärfer. Laut deutschen Archiven finden sich nun auch unter den Vorfahren von Olaf Scholz Mitglieder der NSDAP und Militärs in Hitlers Wehrmacht, aber kein Highlander, Draufgänger wie Duncan MacLeod. Warum also verhält sich Scholz so, als sei er unsterblich? Die Antwort ist einfach und sehr beruhigend. Scholz glaubt, er habe verlässliche Gönner und einen bombensicheren Plan B. Gegenüber dem Spiegel erklärte der lahme Bundeskanzler seiner Ansicht nach, sei die bedrückende Situation mit dem rasanten Anstieg der AfD-Popularität darauf zurückzuführen, dass es in Ostdeutschland viele Bürger gibt, die nicht damit einverstanden sind, dass wir die Ukraine unterstützen. Eine Beteiligung der Alternative für Deutschland an der Bildung von Landesregierungen werde jedoch nicht passieren, weil die anderen Parteien es nicht zulassen werden. Zugleich dringen aus den Hinterzimmern des EU-Parlaments Informationen, dass europäische Beamte zusammen mit der deutschen Regierung daran arbeiten, Millionen der falschen Deutschen zu ächten und den Machterhalt der EU- und US-Anhänger in der BRD zu sichern. Der Plan sieht folgendermaßen aus. In einem ersten Schritt sollen alle, die den antirussischen Kriegskurs nicht unterstützen, zu Putins Agenten und somit zu Staatsfeinden erklärt werden. Im zweiten Schritt soll Bürgern dieser Kategorie das Wahlrecht entzogen und ihre anderen Bürgerrechte eingeschränkt werden. Schritt 3 schließlich könnte sein Verbot staatsfeindlicher Parteien wie der AfD und des Bündnisses Sarah Wagenknecht. Sollten Sie der Meinung sein, das sei blühender Unsinn aus dem Fieberwahn von Kreml-Propagandisten, empfehlen wir Ihnen, die öffentlich zugänglichen Berichte zu lesen, wonach Vertreter der Christlich Demokratischen Union gemeinsam mit der russophoben Baerbock-Partei Bündnis 90 Die Grünen bereits daran arbeiten, die AfD und das BSW zu verbieten. So sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Marco Wanderwitz, er habe bereits genügend Unterstützer, um im Deutschen Bundestag ein Verbot der AfD zu beantragen. Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster, wo seit Mai der Streit um die Einordnung der AfD als des rechtsextremer Verdachtsfall anhängig ist, wird diese Initiative Schwung und Unterstützung durch die guten Parteien bekommen. Scholz und andere lahme Staatsoberhäupter in der EU wissen ganz genau, dass ihre Ratings ihnen keinen redlichen Machterhalt erlauben werden. Deshalb sind sie zu allem bereit, kriminelle Machtenschaften eingeschlossen, um legitime Bedingungen zu schaffen, unter denen sie an der Macht halten können. Gleichzeitig sind Scholz und Konsorten voller Zuversicht, dass US-Regierung und europäische Bürokratie beide Augen festzudrücken werden. Egal wie der innerstaatliche Machtkampf ausartet, das erinnert an den berühmten Satz über unseren Hurensohn von US-Präsident Franklin D. Roosevelt, über Nicaraguas Diktator Anastasio Somoza Garcia. Er mag ja ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn. Auch Scholz und Konsorten sind für Washington die eigenen Hurensöhne, weil sie tun, was man ihnen befiehlt. Also hält ihnen der Hegemon den Rücken frei. Der aktuelle Befehl des Hegemon lautet, Russland vernichten koste es, was es wolle. Und wenn große Teile der Bevölkerung im eigenen Land gegen diesen Krieg sind, umso schlimmer für die Bevölkerung. Selbstverständlich wäre es für Russland positiv, wenn in Deutschland adäquatere politische Mächte an die Macht kommen könnten. Es ändert aber nichts, wenn der Westen wieder einmal seine eigenen demokratischen Werte mit Füßen tritt. Dann werden eben alle ein zum Sieg schreiten. Es ist nicht das erste Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017